Ich freue mich jetzt CC Catch und ihren Freund Frank, der Drama bei der Gruppe Blue System ist, hier bei uns im Berliner Studio begrüßen zu dürfen. Und bevor wir jetzt das neue Video von CC Catch vorstellen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um den beiden einige Fragen zum Thema Aids zu stellen. Aids ist ja ein Problem unserer Zeit. Wie steht ihr denn dazu? Ja, so Aids ist sicher ein Problem, was eigentlich alle angeht. Ja, das stimmt, weil insbesondere im Umgang mit Infizierten und Kranken muss eigentlich jeder helfen und jeder muss dazu beitragen, dass es nicht zu weiteren Infektionen und Ansteckungen kommen kann. Wie sieht es denn aus mit der Ansteckung von Aids? Ansteckend mit dem Aids-Virus kann man sich vor allem beim ungeschützten Geschlechtsverkehr... Das Problem ist, dass man es eigentlich niemandem ansieht, ob er Aids hat oder nicht. Was würdest du denn denen raten, die einen neuen Partner suchen? Ja, ich glaube, es ist wichtig, sie erstmal näher kennenzulernen und auch über diese Sachen spricht. Wie wir ja alle wissen, ist es sehr schwierig, über intime Dinge offen zu sprechen. Also in unserer aufgeklärten Zeit sollte das eigentlich kein Tabuthema mehr sein. Wer sich näher kennenlernt, sollte offen und ehrlich über das Thema Sex sprechen und das erfordert sicherlich Mut. Und was empfiehlst du als Schutz vor einer Ansteckung? Ja, wenn man sich gerade kennenlernt, dann gibt es eigentlich nur ein Mittel, um sich vor einer Ansteckung zu schützen und das möchten wir hiermit demonstrieren. Das ist das Kondom.